Also der Vater hat sich selbst nur ganz kurz geäußert, beziehungsweise über seinen Anwalt eben nochmal sagen lassen, er habe die Tochter getötet, er habe die Leiche in den Wald gebracht. Und dann hat er noch hinzufügen lassen, in den letzten Sekunden, als er der schlafenden Tochter den Hals zudrückte, habe er wie in Trance gehandelt. Viel mehr wollte er dazu nicht sagen. Er saß meistens mit gesenktem Kopf, wenn Details aus der Tat geschildert wurden im Prozessverlauf. Die Mutter hat über ihren Anwalt deutlich ausführlicher eine Erklärung abgegeben, die nicht nur die Tatnacht, sondern die Situation in der Familie ein bisschen erläutert. Und demnach war es einfach so, dass diese Auseinandersetzung mit der 19-jährigen Tochter völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Also Anlass war diese Freundschaft der Tochter zu einem jungen Mann, der in der islamischen Gemeinde, in der auch die Eltern aktiv waren, eben ebenfalls unterwegs war. Aber für die beiden Eltern war das völlig undenkbar, dass die Tochter sich selbst einen Freund aussucht aus eigenen Stücken und dann noch den Eltern widerspricht. Und das ist total eskaliert. Die Tochter wurde geprügelt. Man hat versucht, sie zu kontrollieren. Der Vater ist immer stärker ausgerastet, bis es dann letztlich zu dieser Tat kam. Es eskaliert. Der Streit zwischen Eltern und Tochter, der wehrte schon seit langem an. Was ist denn dann schlussendlich im Januar passiert, dass der Vater sein eigenes Kind tötet? Ja, vor dieser Tat, vor dem Tod der 19-Jährigen, kam ein Brief von der Polizei. Demnach sei die Tochter beim Diebstahl von Kondomen erwischt worden. Und da kann man sich jetzt vorstellen, in einer religiös und stockkonservativ, so will ich es mal bezeichnen, orientierten Familie, in der der Vater allen Familienmitgliedern immer vorgibt, was sie zu tun und zu lassen haben, hat das natürlich zur Totaleskalation geführt. Es kam dann nochmal zu einem Gespräch zwischen Vater und Tochter, in dessen Verlauf die Tochter dann auch nach dem Vater geschlagen haben soll, so schildert es die Mutter. Und in dieser Situation soll der Vater wohl entschieden haben, hier hilft nur noch, die Tochter schlicht zu beseitigen. Als Nebenklägerin tritt die Schwester der Ermordeten auf. Wie ist diese doch furchtbar belastende Situation, die eigene Schwester ermordet von den eigenen Eltern, für sie? Also die Anwältin der 14-Jährigen hat uns das heute ein bisschen geschildert. Das Mädchen ist natürlich völlig fertig. Sie hat auf einen Schlag ihre ganze Familie verloren. Es ist niemand mehr da, die Schwester tot, die Eltern beide im Gefängnis. Sie hat heute Vormittag es vermieden, in den Gerichtssaal zu kommen, die 14-Jährige, weil der Medienandrang ist natürlich gewaltig in diesem Prozess. Und die Anwältin will die Randantin dem nicht aussetzen. Aber eins ist klar, im Gerichtssaal kommt es zum ersten Wiederaufeinandertreffen zwischen der 14-Jährigen und den eigenen Eltern, die die Schwester offenbar umgebracht haben.